Guten Tag, liebe Leute von heute. Jetzt seht ihr mich andersrum. Was ist denn hier kaputt? Nein, da ist nix kaputt. Ich hab das mal umgestellt. Mal gucken, ob das cool ist, ob das nicht cool ist oder wie auch immer. So, jetzt sind wir directly in der CW. Okay, und wir gucken mal. Wir haben hier einen One Star. Immerhin, immerhin. Und schauen wir mal, was hier passiert. Okay, erstmal gelockt, ganz klar. Schwein zum Locken verwendet. Und ein zweier Gift Spell. Wie gesagt, Gift ist eine super Sache, ganz klar. Aber es ist halt eben so eine Sache von der Zeit. Aber ich meine, es ist schon ziemlich geil, wie der Lun jetzt extra mal down geht. Und jetzt guckt mal, wie der Drache jetzt echt schon übel getackelt wird. Das ist schon ziemlich geil. Ich meine, den Drachen nur noch auf der Hälfte zu haben, das ist schon ziemlich nice. Ganz klare Geschichte. So, jetzt muss hier langsam mal was passieren. Ja, genau. Dann wird der Drachen noch nach draußen bewegt. Und dann gibt's vom Drachen direkt ins Gesicht. Die Föhnfrisur steht nicht mehr beim Boogie, sondern die ist einfach mal weg. So, jetzt kommt der Magier, da noch einer und da noch einer und dann sollte das langsam passen. Ich hätte... Ich meine, klar, im Nachhinein kann man immer erzählen. Ich hätte ja, ich hätte ja. Aber eventuell wären da wirklich ein paar mehr Magier besser gewesen. Auf einmal. Also nicht auf einer Stelle. Klar, wegen Fläche und Drache und sowas. Das ist ja immer so eine Geschichte. Das ist ja immer so eine Geschichte. Die Peckers... Bin ich falsch oder hätten die Peckers schon sein müssen? Ist jetzt... Aber ich kann mir auch vorstellen, dass du gesagt hast, gut, okay, komm. Peckers hau ich jetzt noch nicht raus, weil... Ah, die... Ah, nee, das war aber auch Quark. Aber klar, wie gesagt, beim CW weiß ich selber. CW, boom, Brain aus, alles klar. Total, total für den Arsch, ganz klare Geschichte. Da wird dann einfach irgendwas gemacht. Mir geht das ja ganz genauso. Aber ansonsten waren die Mauerbrecher hier einfach fail, weil halt da noch... Ja, oder hast du eventuell einfach vergessen, die Peckers zu setzen? Freundchen, kann das sein? Weil jetzt kommen die ganz gechillt und haben natürlich kein Schild mehr. Weil das Schild wird ja hier gerade gebumst. So, sollte aber ganz schnell drin sein. Klar, Peckers, die macht sich dann da ihre Bahn schon... Oh nein, sag nicht! Sag nicht, du hättest da Tauno... Ah... Das ist ja echt ein bisschen ärgerlich. Alter Verwalter, das ist... Das ist schade. Wenn du jetzt... Wenn du jetzt... Und dann gehen die Peckers garantiert wieder raus, wa? Nein! Oh, ärgerlich. Ich meine, das wäre ja echt ein Easy-Two-Star gewesen. Also ganz easy. Oh, das ist fast ein bisschen ärgerlich. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. Ja, 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 ja. Angriff von Hondo. Oh, nice, nice. Live dabei, live dabei. Jumpspell gedroppt. Dann logischerweise der... Der Giftspell sitzt auch. Sehr gut. Also hier, wie gesagt, geht hier richtig runter. Ja, geil. Wirklich, wenn schon mal Loons weg sind. Richtig, richtig cool. Der hat leider nicht hier gesessen. Ah, ich glaube, mit dem Heal, den hätte ich hier jetzt noch nicht unbedingt gedroppt. Aber gut, okay. Lassen wir ihn einfach mal auf uns zukommen. Ah, ich denke mal, genau. Tesla ist gleich down bei der Menge an Magiern. Auf jeden Fall. Und ganz ehrlich, Queen kümmert sich auf jeden Fall ums Rathaus. Ganz, ganz ohne Probleme. Und der King reißt auch noch. What? Also die Angriffsstrategie jetzt ist auf jeden Fall besser. Weil Hondo hat ja immer mit den Loons probiert und so weiter und so fort. Und das ging ja nicht so ganz gut. Aber hier haben wir einen Easy-To-Star. Also einen ganz Easy-To-Star. Schade, dass Pekka halt draußen rumrennt, logisch. Aber, also ich würde jetzt mal tippen auf 65%. 65, denke ich, werden es. Draußen, ja, 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 ja. Dann die Queen lebt immer noch. Die ist jetzt aber down. Und dann halt hier wirklich, ja, ja. Wie gesagt, 65. Ich gucke mal, was hier noch geht. Na, eventuell noch mehr hier. Das Kleinzeug, das ist ja kein Thema hier. Und, äh, die Pekka. Na, aber durch die Mauer kommt... Ganz ehrlich, 10er Mauer ist halt auch eine 10er Mauer. Da brauchen wir jetzt nicht drüber reden. Und wenn Andrea Pekka davor steht, dann, äh, hm. Dann sagt die auch, pah. Lecko mio, Junge. Hier kommst du nicht rein. Nee, aber einwandfrei. Also, da sind wir bei, äh, beim schönen, geilen Two-Star. Und schön noch Prozente machen. Einwandfrei läuft auf jeden Fall. Noch einer? Nee, okay. Ja, ich würde schon sagen hier. So. Golem. Ja, kommt, Leute. Da sind wir dann auch mal nicht so. Aber ich glaube... Ha, ha, ha. Nee, den Golem würdest du nicht haben wollen. Den würdest du nicht haben wollen. Weil der ist noch eins. Muss ich ja einfach mal so sagen. So. Jetzt guck ich mal gerade, weil ich ja gerade so ein bisschen... Genau. Jetzt wisst ihr nämlich auch, warum ich so viel Dark Elixir habe. Weil ich, äh, dann noch gerne was ziehen möchte. Beziehungsweise eben was hochballern möchte. So, also Hondo hat, äh, gut gemacht auf jeden Fall. Hat gut abgeliefert. Bei nicht zwei Angriffen, sondern mittlerweile drei. Das ist ein kleiner Fail hier. Äh, brauchen wir nicht drüber reden. Aber, äh, bei drei Dingern, fünf Sterne, vollkommen in Ordnung. Passt. So. Jetzt muss ich echt darüber überlegen, wo ich, äh, da dann, beziehungsweise wie ich angreife. Weil ich wirklich so, ich bin halt, CW-mäßig ist halt so, da bin ich nicht der Knaller, das weiß ich. Nochmal mit Drachen. Mit Drachen eventuell hier so schön Rambazamba und dann so zumindest, oder hier so komplett. Aber wenn ich jetzt über die komplette Ecke gehe, also wenn ich jetzt sagen würde, und dann da zwei Rage hier gedroppt und dann noch den letzten gelassen, dann, äh, spätestens wenn ich hier irgendwo bin mit den Drachen, ist dann auch mal Ende, weil dann halt die Luftabwehr genug Fläche hatte. Aber von, wenn, dann müsste ich von oben kommen, weil mir sonst der, äh, Min, der Minenwerfer. Na ja, aber, geiler Two-Star. Und darauf kommt's an. So, also auf jeden Fall, darum geht's halt. Klar, ist natürlich megamäßig, wenn man da, äh, in seiner Handtasche sucht und kramt und guckt und... Oh geil! Golaloon, mhm, und zack, Three-Star. Ja, klar, logisch, aber man kann natürlich auch mächtig gegen die Wand kacken. Und das ist natürlich dann auch nicht so schön. So, also. Von oben. Richtig. Ganz genau. Man kann es auch verkacken. Exaktemente. So sieht's aus. Und. Oder. Oder. Und das werde ich machen. Ich gehe damit... Aber wie, wie weit sind meine... Ah, ich muss mal gerade gucken. Wie weit sind meine Loons? Wie weit sind die denn? Weil das weiß ich, ich hab da mit denen echt noch gar nicht angegriffen. Aber die Loons sind auch schon auf 5. Ach, kommt Leute. Was soll der Geiz... Ähm... Ich hau mal... Ich bastel mal was zusammen. Dass ich da irgendwie... Äh, ein paar Loons und ein paar Minions nehme. Dass ich eventuell mit den Minions vorher ein bisschen cleare. Also, ganz minimal. Äh, einfach um zu gucken, ob wirklich da irgendwo Luftbombentechnisch was rumwimmelt. Und dann, äh, eventuell mit den Loons da ein bisschen Party mache. Weil... Ich denke mir, dass die Base nicht so schnell zerstört werden muss. Dass man sich da ein bisschen Zeit lassen kann. Jetzt werden andere wieder sagen, was ist denn das für ein Homo? Das ist halt ich meine. Ähm... Und eventuell noch ein Schweinchen. Dass man eventuell da noch ein bisschen was reißen kann. Eventuell noch ein bisschen locken kann. Ja, da braucht man nicht mal ein Schwein. Dann brauche ich dafür kein Schwein. Dann nehme ich dafür eventuell mal ganz gechillten Mauerbrecher. Ja, bloß, wenn ich jetzt Mauerbrecher nehme, könnte es sein, dass die nicht alle rauskommen. La, 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 la. Schade. Wäre cool, wenn man wüsste, was drin ist. Aber dann muss ich da nicht fünf Dinger verballern. Das ist dann auch irgendwo ein bisschen Blödsinn. Dann ist dies etwas blöd. Und Quatsch. Denn... Was hat der da? Tut mir leid für diese... Lange hin und her Plänke. Naja, Kobold kann man jetzt auch nicht droppen. Das würde auch keinen Sinn machen. Aber so ein Schwein ist wieder fünf und ich habe nicht so viel. Ähm... Was nehmen wir denn da? Aber ein Minion... Na, mit einem Minion könnte man... Könnte man von hier... Bloß, dann kommt irgendwann der Magier. Aber... Nee, wartet mal. Mit einem Minion... Ach, scheiß drauf. Ich nehme einen Minion und fertig. Dann kommen da halt zwei, drei raus und fertig. Denn dann ist das halt so. Dann lassen wir das knistern. Und dann ist das schick. So, gucken wir mal, ob hier noch was abgeht. Nö. Stillrute See. Kann mir wer Hox-5 geben. Hm, ja, wird ein bisschen knapp. So. Ich mache nochmal einen Angriff, einen ganz normalen. Und dann... Äh... Bilde ich nämlich gleich meine... Meine Truppen aus. Mal gucken, wie das... Läuft. Oder noch ein... Dass ich mir... Naja, nee, geht ja nicht. Geht ja nicht. Der passt ja nicht rein. Ich bin ja noch so ein bisschen an meine... An meine alte CB. Ja, da brauchen wir nicht drüber reden, wenn ich mit Bartsch rumrenne hier. Ja, über den Loot... Und das ist natürlich ein Mega-Loot. Der... Den will keiner haben. Den möchte keiner haben. Ich muss mal wieder ein bisschen ins Hochdeutsche hier hinein. Mal macht er Englisch, mal macht er Deutsch, mal macht er Berlinerisch. Das geht ja hier gar nicht. Oh yeah. Loot. Aber... Gut beschützt. Ja, auf jeden Fall gut beschützt. Also da brauche ich mit Bartsch gar nicht anfangen. Nee, ich suche hier jetzt wirklich einen schönen inaktiven, der mir Loot schenkt. Irgendwie sagt mir diese Base, ich komme da rein. Ich weiß nicht, das kann auch total daneben sein, aber irgendwie bin ich der Meinung, ich komme da rein. Und ich komme da ohne Probleme rein. Bin ich mir irgendwie sicher. Ja, und jetzt gleich, oh mega, daneben gehauen. So, jetzt gucken wir mal, setzen wir die mal in den Rage rein. Gucken wir mal, was die mit der Wand machen hier, mit der Mauer. So, jetzt gucken wir mal, was wir hier noch zu verschenken haben. Ja, einen schönen Drache. Nice Junge auf jeden Fall. So, und dann können wir hier natürlich gleich wieder ein bisschen Gas geben. Und, äh... Wieder was raushauen. Kleinen Rage. Ihr müsst nicht da unbedingt gegen die Wand gehen. Ihr könnt auch ganz normal in die Base rein. Also das geht auch. Das ist jetzt nicht so verwerflich. Die sind ja echt ein bisschen komisch gelaufen, oder? Also ich meine, die haben ja nur echt... Also, reingearbeitet haben sie sich. Und dann sitzt man da... Ja, was ist denn das hier? Was ist denn das hier? Nix. So. Jetzt habe ich da den Rage gedroppt, weil ich eigentlich dachte, ja klar, ich bin noch die... Ich muss sagen, ich muss sagen, ich bin die Range von der Queen gewöhnt. Die Queen hat jetzt gesagt, gut, okay, ich regele hier mal ganz kurz. Ich kläre das mal ganz kurz. Und, äh, das wäre es gewesen. Ist natürlich geil, dass sich die Kanone jetzt in dem Bereich, äh, beschäftigt. Mit dem Bereich. Ja, genau, geh erstmal auf den Altar. Ja, genau, instant erstmal schön rauf da. Weil der ist ja auch so extrem wichtig. Für mich. Ja. Ich führe nämlich Strichliste. Ja, okay, wieder mal ein Altar, wieder weggemacht. Oh, ich bin so cool. Ja, leider mache ich das nicht. So. Naja, das war natürlich... Also, reingekommen bin ich, aber... Hm. Das war nun irgendwie ein bisschen komisch. Aber gut. Aber gut. Ja. Ich nehme Max Loons. Und dann hoffe ich einfach, dass ich da nicht verkacke. Bloß dann habe ich einfach wirklich mit den Loons noch bessere Karten, denke ich. Sollte ich... Ne, ich kann nicht vorher. Okay, Moment. Ich gucke mal vorher nochmal wirklich rein. Weil sonst hätte man jetzt zum Beispiel sagen können, gut, okay, nimmt man jetzt noch irgendwie Magier mit oder sowas. Klar, zum Cleaning im Nachhinein. Aber dafür habe ich die Minions. So. Das sollte also passen. Und im Voraus komme ich nicht in den Bereich rein. Nicht so, wie ich es mir jetzt sozusagen vorgestellt habe. So, wie ich es mir jetzt ausgemalt habe. Und dann sollten die 5er Loons schon eigentlich ganz gut... Papa Schlumpf. Was hat ein Papa Schlumpf zu bieten? Der ist mir definitiv zu blau. Da geht gar nichts. Noch ein paar... Ich mache noch ein paar mehr Minions. Da nochmal 2er. Da nochmal 2er. Und nochmal 1. Und nochmal 1. Ne, Blödsinn. Zack. Und dann... Ja, okay, da können wir... So, zack, passt. So. Ich hätte natürlich echt Pech, wenn er jetzt mit irgendwelchen Truppen ankommt. Also er kann zum Beispiel keinen Lava-Hund drin haben, weil er auch nur Rathaus 8 ist. Und wenn er jetzt aber zum Beispiel einen Drache hätte, wäre das schade. Das wäre dann eher nicht so toll. Ich hoffe einfach mal, dass er keinen hat. Sagen wir es mal so. So, jetzt wollen wir aber natürlich sehen, was hier noch ging. Den hatten wir ja. Der... Das war ja eigentlich schon fast ein sicherer Toastar. Gucken wir mal, was Quantum hier gerissen hat. Gefällt mir. Das hat mir schon mal sehr gut gefallen. Die Mauerbrecher sind gut reingekommen. Da hätte ich jetzt fast die Frage gestellt. Aber wie gesagt, man kann... Jetzt ist es so, ach ja, ich lasse mich entertainen und mal gucken. Klar, da kann man jetzt natürlich die große Schnauze haben und sagen, naja, ich hätte ja eventuell die Sachen ein bisschen später gedroppt. Ob die Wizards, dass die nicht noch vom Minenwerfer gekillt werden. Aber das kann man natürlich im Nachhinein immer sehr schnell erzählen. Oh, jetzt muss man aufpassen. Oh, du hast richtig Glück gehabt. Du hast gerade richtig Glück gehabt, dass die Queen dir nicht down gegangen ist. Sehr schön. Das ist eine super Sache. Wenn die wirklich reinjumpen und dann wieder zurückjumpen ins nächste Kästchen. Mega gut lief bei dir. Ja, King regelt unendlich. Also das ist mega down hier. Also ich würde dich jetzt einfach mal schon als Go-Vibe-Erfahren ansehen. Also das war jetzt nicht so verkehrt. Also als ich meine erste Go-Vibe gemacht habe, sah die definitiv nicht so aus. Glaubt es mir. Die sah nicht so aus. Okay. Klar, die ist natürlich in der Zeit immer in dem Bereich. Aber ob ich die jetzt da geheilt hätte, weiß ich nicht. Aber klar, ich meine, sie hat halt den Bereich nicht verlassen. Das muss man jetzt auch sagen. Wie gesagt, Queen ist einfach mal der Gewinn der Woche. Und die regelt hier halt gut, klar. Ja, so 70% down ist er. Und dann halt wirklich noch gucken, wo habe ich tote Gebäude. Ja, das ist es aber auch schon gewesen. Das ist alles hier nicht tot. Hier noch, genau. Mienenwerfer vielleicht sogar noch wegkriegen. Genau. Ja, genau. Und die ist halt nicht tot. Genau. Vollkommen richtig. Dann kam eben auch die Frage, so nach dem Motto, ja, warum bist du in so ein Horst und schickst die Queen noch in den Tod? Ja, ganz klar. Für die Prozente. Ja, das macht man nicht nur an einer Bar, wo man richtig Prozente hat. Nee, sondern auch hier im CV. Achso, den hatten wir uns angeguckt. Da waren wir live dabei. Das war prima. Wen soll ich mal? Naja, ich würde mal sagen, der, der dir gegenüberliegt, der könnte dann schon platt gemacht werden. Auf 5. Gucken wir mal. Gucken wir mal in die 5 rein. Ihr kennt das Video mit dem gebannten Account, beziehungsweise, ja, ja doch, kurzzeitig gebannten Account mit diesem, mit diesem Bases. Also, das wäre ja dann auch schon wieder so eine Hakenkreuz-Base. Ich wäre vorsichtig. Würde ich nicht unbedingt bringen. Weil, es wird ja irgendwie alles ein bisschen als Hakenkreuz ausgelegt. Also, deswegen, hm. Vorsichtig mit sowas. Ich mach schon welche. So. Das soll es dann erstmal gewesen sein. Und war wieder, ach, krass, ey. Lange Folgen hier. Aber, ja, wie gesagt, ein bisschen was wollt ihr halt auch sehen. Das war es von mir. Ich wünsche euch was. Ich bin raus. Prost.